Bei dem Gleichgewichtspreis von 2 Euro können die Nachfrager eine Konsumentenrente in Höhe von 900.000 Euro erreichen. Die Gesamtheit der Produzenten erzielt über ihre Deckungsbeiträge eine Produzentenrente von 450.000 Euro. Die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente fasst die Vorteile zusammen, die allen Marktbeteiligten durch den getätigten Handel insgesamt zukommen. Man bezeichnet die Summe als Wohlfahrtsgewinn. Er beträgt 1,35 Millionen Euro auf diesem Markt. Geometrisch bemisst sich dieser Wohlfahrtsgewinn als Fläche zwischen Nachfrage und Angebotsfunktion bis zur Gleichgewichtsmenge. Er stellt damit nichts anderes dar als die Differenz zwischen der Zahlungsbereitschaft der Konsumenten und den variablen Kosten der Produzenten für die am Markt bereitgestellte Menge. Dieser Wohlfahrtsgewinn ist im Marktgleichgewicht des Wettbewerbsmarktes maximal. Überprüfen wir dies mit einem Test. Würden wieder nur 200.000 Kilogramm produziert, dann können Vorteile im Umfang des schwarz markierten Dreiecks nicht realisiert werden. Diese Fläche kennzeichnet den Effizienzverlust durch Unterversorgung. Wird mehr als die Gleichgewichtsmenge produziert, also zum Beispiel die Sättigungsmenge, dann wird zwar der Effizienzgewinn für die ersten 600.000 Kilogramm ausgeschöpft. Danach treten allerdings Verluste auf, da ja für jede weitere Einheit die Kosten über der Zahlungsbereitschaft liegen. Dies bringt das schwarz markierte Verlustdreieck zum Ausdruck, dessen Ursache die ineffiziente Überversorgung ist. Als Verlust weist diese Fläche ein negatives Vorzeichen auf, sodass der gesamte Wohlfahrtsgewinn auch hier niedriger als bei der Gleichgewichtsmenge ausfällt. Fazit Der maximale Wohlfahrtsgewinn wird bei vollständiger Konkurrenz im Marktgleichgewicht erreicht. Der maximale Wohlfahrtsgewinn wird bei vollständiger Konkurrenz im Marktgleichgewinn. Vielen Dank.